in Folge von und so mein Kraft 1 von nach Projektjahr aber wo wir noch keinen Namen haben weil wir jetzt die dritte Folge hintereinander aufnehmen ja und wie cool ich bin immer noch auf dem Server ich hab was gemacht was ich nicht mitbekommen habt ihr steht jetzt für Teckers Chest und daneben ist sein Bett haha ja lass mal echt schlafen können ja wo ist denn der Team jetzt hin ich bin ganz weit weg und ich hab mir hier einen Scheiße gebaut nein 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 und dann alle das da wollte ich doch noch nicht machen bitte an danke so sagt mal Koordinaten an danke das macht sie immer wie wäre es wenn ihr später farmt wie wäre es wenn ihr nicht jetzt farmt sondern später war es war sie machen k wir haben 100 und 240 300 und 240 ja wo wir sind 14 in der Höhle in welcher Höhle in der einen der hausen ich sterbe gerade nein das sollte ich aber nicht nicht alle sie wollen und der Baum ist ja warum sind hier auch so die und Leila gibt es da tief und er wollte jetzt nicht mehr schlafen oder was doch ich komme kurz ja es ist mit der spinne los ich bin die ankommen hoch ja kommen schon ja sie euch haben müssen vielleicht auch zum Beispiel ich bitte mein Geld mit auch denn die sich über die Kühne ich auch jetzt ist Runde gefallen ich habe es auch die ins Bett jetzt der ist der Katzen abfällt Schützchen so sind wir so nicht schützt das ist jetzt ein Teil der sich am ein ganzes Essen rausnehmen das ist ein Entschuldigung er schütteln und wie das aussieht Leute zu begrenzen er auch im Ofen wenn du kannst dann untersuchen muss reinlegen warte das ist auch gut drin die Mord ich habe es genau gesehen dass das drinnen war normalerweise nur das raus glaubt aus ich hatte es bei uns Jahren oder Simon Kripper um ein Gott glaube ich machen wir gleich verstecken und so er hat sie doch wiedergeben ich hätte jemand auch wieder hier und hier da ich habe ein draus genommen dachten Siegmann sich guter großzügig dass wir es wiedergegeben hat das ist der Kurs die ich wusste es ist nein und und dann wiedergibt die Kippes exkludiert ist ja und langsam glaube ich mal die Mine ablaufen mit Schwert ist auch was kaputt ich kann einfach mal so eine Lone nur ausmachen hr nun warst Euro nun fängt Köln perfekt die Leute sieben Weizen jetzt in Texas aus das ist so nichts mehr er warnt das hat gesagt ich mit meinem Boden wie hochgemacht ach so herr gut hier sie an einem er sieht man das war mein Bohnen wie man hier dann nimmt ein Bohnenmiel hier die Töte ist so dass ein Bohnen ist jemand das war mein baum können immer auf mein vorschlag zurückkommen dass wir abwechselnd fahren damit die nicht damit es nicht so langweilig ist naja ihr baut jetzt am haus oder macht oben action und seid nicht in der höhle dafür bin ich in der höhle dass es nicht so langweilig ist okay ich kann ja in der höhle sein ja dann kann ja immer eine höhle sein ja okay los Jan gewann eine höhle los Jan ist ein höhlenmensch also jetzt können wir uns gar nicht wort sagen okay dann gehe ich jetzt wieder in die Höhle ach ich nehme ein paar Fackeln mit ich habe schon so viele Fackeln verbraten ich baue hier den Grundriss von unserem Haus ja das ist schön Simon freut mich die Miene nicht ziemlich nicht ziemlich nicht sehr groß vergesst nicht den Eingang Simon ne ja ja die baue ich baue das gleich alles rein ich gehe die da oben weiter so der baum ist auch weg tut sie nicht muss ich jetzt wahrscheinlich langsam in strippen ein übergehen noch langweiliger super da musst du jetzt langsam mal ein strippen übergehen ne das sowieso oh über ein Steck Eisen auch geil jo Tom ist hardcore farming was ist denn los bei dem grad mal eine Steinspitzhacke und eine Eisenspitzhacke verbraucht ich bin grad 41 ich will mal Apfel haben so oft wie dann bringe ich mal wieder die ganzen Öfen nach oben was ich extra dann Apfel haben gebraucht gegessen ja was denkst du denn wenn so böse Jans ankommen die meine ich muss alles klauen dann ja ich hab gar nichts geklaut nein das habe ich dir alles wieder gegeben aber ich gründe jetzt auch eine Tims Kiste macht dann eh mal Tims Bett oh ein Ofen den habe ich da nicht hingestellt ja dann ist er für alle ne ja passt schon diese der Ofen ist ja für alle ich bin in der Höhle immer noch hab da Lava gefunden hast du ja das hat sich gerade so angehört als wolltest du die Lava benutzen für irgendein Schild benutzen wollte ich sie zum Beispiel Jan anzünden und Töten in der Höhle ist ein Oktopus oder Tintenfisch je nachdem wir es nennen wollen Tintenfisch kann schon mal vorkommen ne was hier geht ein Wasserfall runter und da ist dann eiskalt ist ja dann ein Wasserfall da ist kalt ja boah Junge hat noch ein Holz übrig Tim wo soll der Eingang hin ich dachte eigentlich dass der Eingang ähm wo wir hierhin sollte ja genau dazwischen aber jetzt so zwei breit man sieht gut aus ich gewöhnt mich irgendwie nicht mehr schnell ein Betten Simon auch hoch hoch oder warte eigentlich müssen wir ja ich weiß nicht dann müsste es nicht so als ich denke ich bin endlich echt geil ich vergrößern das Haus ja auch noch Naja es ist sozusagen die Main Lobby weißt du und da hängen wir später was er jetzt nicht so schön findet dass du das übernehmen über das Wasser über den See auch diese Wand gezogen hast und sie jetzt weiter da können wir da so ein Glasboden rein machen die sind auch auch mega Schnuppe aus ja wie gesagt wir sind die besten Bauer wir können das professionell vertraut uns ja woraus soll der Boden machen wir doch mal ein anderes Holz Okwo wie wärs damit das haben wir noch gar nicht gebaut ne ich weiß nicht ähm wir können natürlich auch Blitz benutzen ich bin so ruhig aber ihr redet ja zum Glück das ist doch gut Jan ich hab vielleicht mal den Laversee ab ich hab vielleicht Holz in meiner Kiste dürfte ich das benutzen na ich weiß nicht wieviel da ist weil ich 18 na gut warte nimm mal hier so die ja 14 und die 14 viel brauche ich noch mal Prozent ne ein weiteres Holz Ui und ich kümmer mich wie gesagt gerade um die Fahnen Prozent Prozent die an du hast doch den Eimer er hat man an sich ein wenig in den Rausten Nään hmm wen geht die Folge denn noch? Mutschlon in Folge geht immer noch zehn Minuten lang ja geil, ja, ja, ja naaaaaaaain ää wie soll ich kein Schaufeln mehr habe ich die gerade weggelegt oder ist sie kaputt gemacht? meine Schaufel ist gleich kaputt blub blub wo das sieht gut aus das war eigentlich viel zu hell oh mann keine Diasmanden ich nenn sie Diasmanden weil ich's kann so hä ach das ist Loll hallo Babyzomi der auf dem Hühnchen reitet ey Simon hier ist ein Wuhn der hat's gerade der Babyzomi Pigman vorbeigebracht ey ich mein nur der Babyzomi nicht Pigman nein Wuhn flieh nicht nein oh ich dachte grad Server Save the World ich dachte grad dass die Server Shutdown oder sowas Simon warum haben wir noch kein Glas dass diese Hühnchen nicht da wieder raus laufen können hallo hey Tom das Huhn folgt uns oh sie haben's gefixt ja das Huhn folgt nur obwohl Simon zwei Blöcke weiter steht als ob das haben sie nicht gefixt das haben sie nicht gefixt weil sie da Pro sind jao hab ich noch Kohle ich habe keine Kohle mehr ich müsste erzählen wie oft wir irgendwelche YouTube überfahren ne oder ne hier hier auch schon doch hm noch hier 0 darf ich die warte dies ist keine YouTube-Fahrer aber so Kohle da das haben wir glaube ich alle gemeinsam das haben wir alle gemeinsam das war für Wheelsies äh Wheelsies Wheelsies jetzt weiß ich was ich eigentlich machen wollte ich wollte mir ja noch einen Steinspiegel Kraft noch einen Steinshop aber ich hatte ja Enderzeit oder so drin Enderzeit würde ich den Eimer kriegen äh ja Alter so dann vergrößere ich die Farben und dann nehm ich den Eimer einfach gleich wieder hopp jo so jetzt sind noch 4 Minuten ahhh es wird meinen ohne Diamanten macht keinen Spaß 4 Minuten Spaß ne Tom hast du jetzt noch oh what the fuck ja hey wollt ihr mich verarschen das Typ meint macht echt fun ey ja so ein Auto Diamantmaschine machen oder so oh ja es gibt jetzt auch Slime Blöcke oh die sind richtig cool ey es gibt es gibt es gibt ja noch unendliche Wasserquelle mehr äh also nicht mit zwei Dingern nur ich konnte es grad nicht mit zwei Dingern machen vielleicht Buggy Water ne wie heißt das Leg Water weiß ich nicht Leg Water hey überall dieses Enderzeit Diorite und Granite das ist echt krass wie oft das vertreten ist was Granit und so Granit Diorite Endes ja das brauche ich alles wie Jan im auf Deutsch spielt ne und dann nimm mal was ne ne Tackett Tackett spiel ich auf Englisch u uh das ist schlecht ja ich bin ich habe ein bisschen ich bin ich bin hier mit dem Wort der los Alter jetzt fängt Jan an ey was mit dem Water los ist Simon kann ich dir gerne sagen es fließt hä in eine Richtung wollen wir mal wieder schlafen gehen ne ne wie oft ist denn bitte Nacht es gibt hier oft so oft egal ich weiß nicht das komische irgendwas es ist nicht das äh ist nicht irgendwie neu gekommen dass jetzt der Tag halb so lang ist und die noch doppelt so lang weil nicht irgendwas mit Tag andersrum glaube ich andersrum weil es kommt weil es gleich lang ist ich habe aber nicht dahinter das rausbrennt weg ja ach hab ich auch bemerkt stimmt es gab ja auch neue Game Rules fällt mir gerade auf ja ja so eine dass alles schneller wächst und so soja die sind cool die verwenden wir natürlich die Game Rules mann es kann doch nicht sein dass ich wieder keine Dias finde jetzt kein Problem ne also lass mal alles schlafen gehen jetzt geht so dass alles irgendwie doppelt so schnell geht so in zwei Minuten ist es auch schon soweit immer nicht bringen wir mal dein Glas ne bitte sehr hey unendliche Wasserquelle geht wirklich nicht mehr hä ok Simon hat das jetzt schon gesagt doch geht doch die geht jetzt auch aber mir jetzt ist irgendwie rumgebockt ja ja dann hatte ich laggy water ja bestimmt das denk ich also sieht es nicht schön aus wenn das Wasser so ein bisschen fließt ne oh ich habe meine Hake weggepackt ey das ist doch nicht zu glauben das hätte ich gestern auch schon das Problem dass ich kein Dias sieht man das sieht scheiße aus das muss aber so sein sagt mir über scheint wenn ihr Dias findet warum muss doch so rein ich finde das sieht schön aus wenn da so ein Wasserfall ist gerne nochmal den Mindshift abschicken st das ist nicht so ein st hat wahrscheinlich weil ich hier will ich keine Ahnung machen ne aber da hallo siegert mann ich bin gerade am Arbeiten Simon bei der Arbeit HD Simon bei der Arbeit so das Feld ist ziemlich erweitert worden jetzt das Feld ist bestellt ne erweitert worden das kann abgeholt werden Simon möchtest du sehen warte hat wer Kohle nein also wenn du mal jemand wie niemand Kohle farmt ne hat denn irgendjemand von euch Jan ja nein Jan hat keinen Satz hat denn irgendwer von euch Jan Tietz ja ich habe gerade in Jans Kiste geschaut ob er noch Tietz hat also Weizen das kann doch nicht sein was ist das denn für ein Mindshift mit einem Gang also wie lange noch für die Folge hier jetzt ist Schluss ok also wie immer lass da eine Bewertung da ist wenn da ist wenn ihr ein Abo da ist ey muss ich mir jetzt wieder verabschieden blablabla guck bei Tietlp vorbei blablabla und man sieht sich in der nächsten Folge chilldoodlelp chilldoodlelp yo tschüss ne ich verabschiede mich jetzt wieder nicht ne ey wenn du F5 machst und dann so äh blockst mit dem Schwert das sieht voll Chaos ok ich wünsch euch auf viel Spaß tschüss boi boi squeeniei das ist ja guck mal